Hier ist Schwer was los, das ist wirklich Vollbeschäftigung heute Abend. Danke euch allen, dass ihr mitmacht. Vielen Dank an der Eier. Danke Nelson, Frank und all die anderen, die mit dabei sind. Katharina, Oftergang, Maria. Geht's gut? Schwer was los? Ja, du engagierst dich ja nicht nur heute Abend, sondern auch für eigene Projekte. Du bist kürzlich in der Gansicht gewesen auf einer Krankenstation, auf einer Kinderkrebsstation, glaube ich. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Jetzt kommt eine Dame, eine Sängerin aus Norwegen. Auf und zu. Angelina Jordan kann fragen. So viele away, die namis. So war es nicht. So. Cool, time für dich noch mal. So, wie alt sind? Okay. gunna Bauer. Das war's für die Arme, die was going out. In all the words, please be true. In all the words, I love you. Fly me to the moon, and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In all the words, hold my hand. In all the words, darling, kiss me. Fill my heart with song, and I'll never sing for them more. You are what I know for all I worship and adore. In all the words, please be true. In all the words, I love you. Fly me to the moon, we cool. Angelina Jordan aus Norwegen, 8 years old. Und da gehen wir. Warte, warte. Nur ganz kurz. Sie ist zwar barfuß, aber das ist ihr Markenzeichen. Schicken Sie keine Socken, rufen Sie lieber an. Ja? Tüßen Tag. Bis bald. Danke. Angelina Jordan. Danke. Und schicken Sie die Nachrichten zu dem ausschliesslich guten Fernseher. Tschüss.